Hallo Na! Willkommen! Moin Freunde! Heute ist es endlich soweit. Jetzt starten wir auch mal mit FIFA 18. Lang vorbei. Wie geil ist das? Alleine eine Woche später. Der Hype ist vorbei. Das ist schon alles. Das haben alle anderen schon durchgezogen. Deswegen fangen wir jetzt an, weil wir Spätsünder sind, oder was? Ja, okay. Das irritiert mich ja noch ein bisschen. Erzähl. Du hast Christian Ronaldo jetzt mit raus. Ja, genau. Übrigens ist das hier jetzt gerade das allererste Mal hier quasi noch ganz jungfräulich. Ja, FIFA auf jeden Fall. Das Loch ist ganz eng. Ja. Müssen wir wieder schneiden. Hier wird nichts geschnitten. Wir schneiden nie. So, hier das Anfallspielraum. Nein, das machen wir nicht. Ach Quatsch. Wolltest du gleich Niederlager kommen? Ach nee, das wäre sowieso nichts. Mit solchen Mannschaften können wir gar nicht um. Dürfen wir auch nicht. Oder drück du mal. Ach so. Doch. Guck dir die Haken an. Okay, okay. Wir gucken uns das jetzt anscheinend. Und dann ohne Ton. Geil. Wir. Geil. Wow, zack, zack. Wie ist das? Alter. Tschüss. Ach man ey. So. Können wir jetzt endlich mal skippen hier. Wir wollten nämlich, ne? So. Anstoß. Geil. Jetzt geht's richtig an. Das war Journey wäre auch noch mal ne Idee, oder? Sie. Könnte man, ne? Ich hab's aber schon gesehen. Was hast du gesehen? Wie Journey anfängt. Ich hab nicht Spoilern lassen. Oh, toll. Hast du ja wieder Tolling gekriegt? So. Oh, jetzt wird's interessant, Freunde. Hey, 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 hey. Erstmal ein bisschen. Ich hab übrigens gelesen, ähm, brasilianische und äh, chilenische Liga sind jetzt komplett selbst ausgedacht. Also die haben dafür die Rechte nicht mehr gekauft. Ach so. Okay. Also die Spieler sind random. Aber dafür gibt's jetzt auch dritte Liga. Dritte Liga. Oh, das wird richtig. Oh, Sportfreunde. Nee, ich hab einen Verein, den, da hab ich schon richtig Bock drauf. Also dritte Liga? Ja. Ah, nee, die sind aufgestiegen. 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 Auf die hast du Lust? Ja, da hätt ich mal Bock drauf. So, was haben wir hier? Das machen wir dann mal als Spezial. Ja, oder ich komm da. Oder du kommst jetzt gleich hin. Ich komm da jetzt direkt dahin. So, okay. Haben wir hier noch irgendwas Neues? Das erste Team. FIFA 18. Bei unserer Holy Moly Challenge. Ich würde sagen die noch neun. Jetzt, nun, wir müssen uns konzentrieren. Ja, du kannst doch schon anfangen. Ach so, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Austrahieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 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 Empoli. Also, guck mal. Ich bin jetzt mal ein Verein, den ich kenne. Oh, der ist doch abgestiegen, oder nicht? Empoli. Nein, wir spielen immer noch erste Liga. Aber haben sich gedacht, heute machen wir mal zwei. Gelächter. Ja. Natürlich sind die abgestiegen. Mit so was, mit so was muss ich hier in einem rumsetzen. Ja, also diese dämliche Frage sind die... Dämliche Frage, wir machen eben die Aus.. Oh, go, well. Ach, ja. Aha. Das ist ein neues Feature, die ist das. Oh cool, alles klar. Wir sehen uns Donnarumma im Sturm. Donnarumma im Sturm, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Sag mal aus Italien, Italien. What, what, what? What, what, what? Also, ich bin ja echt gespannt. Erstes Game. Was da so abgeht. Also, die letzten vier waren nicht so, ne? Lines. Ja, weil das ist ja neu, deswegen fangen wir bei Null an. Ach so. Vier Sieger hatte ich, vier Sieger hattest du. Ja, und was meinst du, was jetzt weitergeht? Ja, ich bin dran. Ja, ein. Ja, was ein? Einen gönne ich dir höchstens. Okay. Oh, guck mal, der steht ja sogar alleine. Killer. Ist das ein Zauberfuß da oder einer? Weiß ich nicht, ich kenn... Marvin, ich hab das Team ja zum ersten Mal. Ob ich hier einen Zauberfuß hab, was weiß ich denn? Ja, du hast... Ja! Und... Was? Oh Gott, geschrien wie eine Frau. Wir beide, ne? Ja, aber... Hört sich eh nicht an. Oh Mann, ey, das wär... Die Flanke war schon grauenhaft. Oh Mann, die war echt gut. Aber die Flanke... Ah, ne! So ne Flanke hab ich noch nie geschlagen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. FIFA 17, wer bist du? Hahahaha Vor allen Dingen, ich kündige... Also das ist was ganz anderes hier, das verteidigen. Ich kündige noch an, es fallen viele Tore. Nur 0 zur Halbzeit. Oh, Emily! Wir sind am drücken. Ja, du hast ja aber auch, ne? Letzte Saison war die erste Liga... Was soll ich da machen, ne? Die Saison, letzte Saison, bist du immer erste Liga? Ja... Ja, aber in Australien, ne? Wir flanken mal! Mit so einem starken... Oh, die köpfe ich raus. Was ist das? Was hat er jetzt gefifft? Was ist das unten? Keine Ahnung, was ist das für ein Button? Wechsel-Empfehlung? Nein! Ich... Wir wollen nicht... Was? Wir müssen ja jeden Feature mal zeigen! Hast du mal... Okay, das ist neu! Wechsel-Empfehlung, ja! Und ich weiß einfach, der... Alles klar, das war... Der kennt sich mit der Ausmaße! Ja, wir müssen ja jedes Feature mal zeigen! Oh, da hätte ich mal nichts gesagt! Und dann Sunti! Und dann Sunti! Der holt sonst was raus! Und dann kommst du jetzt an... Den roll ich mal mit der Sohle vorbei! Ja! Man muss auch mal clever spielen! Guck mal! Oh! 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 Wie im Training! Ja! Guck mal hier! Uh! Okay, okay! Wie ist das nun? Oder willst du nicht verraten? Muss ich selber raushalten? Das kommt für unser Video! Diese Funktion kann es oder nicht? Die sind doch für mich die Funktion, ne? Ja, ja! Oh, guck mal! Da ist er noch! Oh! Was ist eigentlich mit dem Tor? Eieiei! Oh! Ich mach den noch! Den Tybala mach ich auch noch! Da will er hin! Da will er hin! Juve ruft schon an! Siehst du das Tor? Warum ist das nicht komplett mit Rasen? Die hat nicht mehr genug Geld dafür! Also nicht zu weit nach hinten springen! Sonst landest du irgendwie auf die... Was ist das? Grand? In Australien ist das alles ein bisschen anders! Was? Oh, der erste! Oh Mann, nö! Ich hab gedacht, das Risiko kann nicht eingehen! Neue Features, die du noch nicht kanntest! Ja, genau! Boah, wie war das? Ich weiß gar nicht, wie das war! Ach, guck mal! Jetzt kann man immer spontan nochmal schnell Wechsel reinprügeln, ne? Aber machen wir nicht, weil... Hast du schon? Ich hab doch schon... Ja, okay! Ach, komm her! Muss ich jetzt so schießen? Computer groß! Aha! Oh, komm! Den halte ich! Den hab ich doch! Oh, warte! Ja, ist doch weg! Ist doch alles gut! Hä? Was machst du denn? Ich weiß nicht, wie man anläuft! Ach, ist... Hab ich den auch! Ja! Ist wieder das normale... Das alte! Das echt? Ja, du läufst nicht mehr an! Du drückst auf Schießen! Ah, okay! Boah! Ich wollt grad sagen, ich drück den Pfeil doch nach vorne! Läuft doch jetzt los! Das kommt davon, wenn wir gleich alles wegskippen und nicht durchlesen, ne? Funktion, die du bei FIFA noch nicht kanntest! Das ist doch schon mal kurz nach vorne! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein! Oh... Mann! Na, was kommt jetzt? Uuuuh! Ja! Das hätte ich gern von Tieter genannt. Genau im richtigen Moment und zack. Belastend. Da kann ich nicht viel Tore machen, ne? Ja, drei Stück schonmal. Oh, guck mal, ich kann hier nochmal wechseln. Ach ja? Ja, gerne. Ja, ja, ja. Ja, komm, Donnarumma. Ich weiß aber nicht, wo die spielen, aber ich hab sie erstmal gewechselt. Ich verlier schon Tieter. Das ist doch... Guck dir das mal an, wie schmeckt das denn hier? Ach man, ey. Ecke. Oh, die erste Ecke. Du hattest schon eine, ne? Ja. Mein Verteidiger muss ungefähr eine Geschwindigkeit von 22 haben. Kommt hin. Ui. Maschine. Oh, Gottes Willen. Willkommen im Club. Willst du? Ach, guck mal, E-Hert. Ne, C-Hert. Oh, Schiri, jetzt feuchst du ab, jetzt wo ich kontern will. Oh. Das Fazit ist... Das Fazit ist... Scheiße. Also, der haut wieder raus. Hier, wieder zurück. Guck mal, hier. Das war das eigentlich schon... Oh, das war... Das war eine Maschine. Da war eine Maschine. Und als der Kula... Das war da Maschine. Der hat gar nichts gemacht. Der ist in der falschen Ecke gegeben. Der hat den Gerhard noch am Fuß gehabt. Ich bitte. Einschusses Tod. Peinlich. Also, bis jetzt? Ja, au... auseinander... 2-1. Komplett zerstört. Oh, Scheiße, ey. So, Franke. Ich muss sagen. Es geht genauso beschissen weiter, wie es aufgehört hat. Das sind... Da waren die Katzenreflexe schon wieder. Wo ich gedacht habe, jetzt weiß ich alles. Machen wir ein neuer. Ja. Dann... Dann... Man muss auch mal... Außer... Du redest ja auch ein Feier hier. Ach, der andere. Ne? Ja, gut. Wie viele 18 Spielen nicht? Wie viele 18 Spielen nicht? Und jetzt? Oh, ja! Ja, es ist... Es ist nicht... Du Spinnerhörer. Halt die Haare. Lass dir weh. behold es ein Feier. Die Haare. WOHMIT! Da sind eure... Und ich hatte!